So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und Ramses hat gerade gepennt und was ist passiert? Es sind schon wieder neue News raus, diesmal für das Go-Fest in Berlin. Ich kann es gar nicht glauben, denn seht euch das Titelbild an. Es ist ein anderes als jetzt, das Weltweide. Und das ist ja das, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, was machen die denn, wenn die jetzt wirklich im Juni ein Weltweides machen mit Ticket und dann hast du denselben Inhalt nochmal in Berlin, wozu sollte man dann nach Berlin fahren, wenn man ja alles weltweit schon vorher gekriegt hat, ohne dass man irgendwo hinfahren musste, da müssen sie doch eigentlich einen anderen Inhalt geben. Und da wird es aber wahrscheinlich auch wieder ein neues Ticket geben. Und es ist so, es gibt ein neues Ticket, es ist ein neues Go-Fest, es gibt eine neue Forschung, es gibt andere Habitate, es gibt andere Pokémon, es gibt andere Shinies. Aber irgendwie ist noch nicht alles da, deswegen guckt euch erstmal an, was hier ist. Ich habe mir da was rausgesucht. Es gibt nämlich jetzt hier auf dem Pokémon Go Live.com einen Post davon. Dann gibt es hier direkt die Event-Seite, wo nochmal alles steht. Und dann habe ich zwei Grafiken, die habe ich gerade gesehen, hat der Marc niemals geteilt, mit einer kleinen Übersicht von welchem Pokémon in welchem Habitat und alles und welchen neuen Shinies und so. Aber Stück für Stück gehen wir das jetzt kurz durch. Denn ich sage jetzt an der Stelle, dadurch, dass es wirklich neu ist und viele Leute wirklich dorthin kommen werden, werde ich versuchen, wirklich in Berlin zu sein und frage euch schon mal, wer von euch wird nach Berlin fahren zum Go-Fest? Wen wird man in Berlin antreffen beim Go-Fest? Und gleichzeitig auch die Frage, wer wohnt in Berlin oder in Umgebung und könnte den kleinen Ramses bei sich aufnehmen? Ich habe nämlich keinen Bock, mir ein Hotel zu suchen hier in Berlin, dann einen Kilometer vom Park entfernen und dann 500 Euro die Nacht zu bezahlen und alles hin und her. Bei Dortmund war das jetzt so, wir haben uns außerhalb was gesucht, mussten dann am Tag vom Go-Fest noch ewig weit dahin fahren, was auch genervt hat. Dort hast du keinen Parkplatz gefunden, da haben sie alle geparkt wie die Wilden. Das war auch richtig brutal. Wäre cool, wenn es da jemanden gibt, der irgendwo da in der Nähe haust und man da irgendwie sich treffen könnte, einen Tag davor, sich einfach kennenlernt, kleines Meet & Greet sozusagen, nehme ich mir jetzt mal raus, vielleicht gibt es ja irgendeinen guten Samariter oder eine gute Samaritarine und man zusammen dann das Go-Fest bestreitet. Ich würde also sehen, dass ich für den Samstag ein Ticket bekomme und ich würde auch den Early Access mitnehmen, weil wenn du einmal da hinfährst, die 10 Euro mehr oder weniger sind also wurscht. Der Ticketverkauf für das Pokémon-Go-Fest in Berlin hat also begonnen. Wichtig also, geht in den Shop, kauft euch jetzt das Ticket, die werden sicherlich begrenzt sein, nicht wie beim Weltweiden. Ihr müsst also wirklich sehen, dass ihr jetzt ein Ticket bekommt. Dann was habt ihr hier drauf? Da sind die Cognit schon wieder da, da ist Schilderus, da sind Tarnpignong, da ist ein Sodamug, also ein regionales, hier ist eine andere Form von Shaman unterwegs. Und was steht hier? Trainer, das warten halt ein Ende, die Live-Events zum Pokémon-Go-Fest sind zurück. Berlin ist der erste Stopp unserer Welt-Tournee zum Pokémon-Go-Fest von Freitag 1. Juli bis Sonnag 3. Juli. Erwartet euch dort im Britzer Garden ein Wochenende voller Abenteuer. Dieses Spektakel in der Hauptstadt dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Tickets für den allgemeinen Zugang sind für 24,99 Euro und Early Access für 32,13 Euro erhältlich. Die Tickets sind begrenzt und erhältlich, solange der Vorrat reicht. Trainer, die ein Ticket für das Event in Berlin kaufen, dürfen sich im Britzer Garden auf die folgenden Highlights freuen. Spezialforschung im Britzer Garden, für deren Abschluss eine Begegnung mit der Zenit-Form von Shaman winkt. Ist ja jetzt nicht so spektakulär, wa? Event-Feldforschungsaufgaben, Pokémon-Go-Debüt von Schillernden Grillmark und Tarnpignong während des Events, exklusive Sondereditionen des Pokémon-Go-Fest-T-Shirts, nur bei diesem und anderen Live-Events zum Pokémon-Go-Fest 22 erhältlich. Autogrammstunden mit beliebten Content-Creators. Ich gebe mir einfach selbst eins. Vier verschiedene Habitale, von denen es zwei nur beim Event in Berlin geben wird, sowie zugehörige Sammler-Herausforderungen und tolle Pokémon-Begegnungen. Elektrischer Garden mit Hisui, Voldobal, Wadribje, Tarnpignong, Eguana, weiteren Pokémon, Windige Küste, Barschwa, Perlu, Sodamag, Fleck, Noil, weitere Pokémon, Lebendige Wiese, Galaponita, Sichlor, Yanmar, Veggie-Mag, weitere Pokémon, also alle Mags treten auf. Sodamag wird am Start sein, Veggie-Mag wird am Start sein, geschmolzenes Gestein, Cognodon, Grillmark, Kießling, Flambion, weitere Pokémon, bis zu sechs Spezialtausche, weniger Staub pro Tausch während des Zeitraums, Tauschstation auf dem Veranstaltungsgelände, Kampfarena für Kämpfe gegen andere Trainer, überraschende Begegnungen auf Schnappschüssen, jede Menge Spaß mit den Pokémon und anderen Trainern. Für alle Trainer in Berlin findet anlässlich des Go-Festes von Freitag bis Juli Besondere Raid-Kämpfe statt, Cresselia und Darkrai erscheinen zum Beispiel in Raid-Kämpfen der Stufe 5. Darkrai bräuchte ich jetzt nicht mehr, ich habe meinen 100er auf Level 50, Cresselia ist halt leider nicht so cool, bräuchte ich aber noch einen 100er, wird da wahrscheinlich keiner mitraiden, geil. Tickets, ja, Tickets sind jetzt verfügbar, wie gesagt, 24,99, dafür werdet ihr von 11 bis 18 Uhr Zugang haben, oder es gibt auch Early Access, wo ihr dann von 9 bis 18 Uhr Zugang habt. Das Pokémon-Go-Fest in Berlin ist zwar ein dreitägiges Event, doch ihr könnt nur ein Ticket für einen Tag der drei kaufen, das Event-Gameplay ist nur im Besitzer, ach, im Britzergarten in Berlin und nur an dem Tag und in dem Zeitraum verfügbar und auf dem Ticket vermerkt. Hinweis für das Event können nicht, äh, Erstattung, das liest sich ja keiner durch, oder? Alter, Kanal Phenomenal hat gerade ein Video hochgeladen mit einer Sprite-Challenge, jetzt weiß ich, wieso der Manns Haulwurf davon geredet hat. So, also, wir bieten Trainer nun erstmals die Möglichkeit, das Gameplay bei Live-Events durch Add-ons zu ergänzen, diese Add-ons können nur mit dem Ticket zusammen erworben werden, ein späterer Kauf ist nicht möglich, die Add-on-Bonis sind von Freitag bis Sonntag aktiv, gelten nur für das Go-Fest und am auf dem Ticket vermerkten Ort, Add-on für Raid-Begeisterte, plus 10,06 Euro, mit diesem Add-on erhaltet ihr pro Tag bis zu 12 zusätzliche Raid-Pässe von Aren, 5000 zusätzliche EP nach einem erfolgreichen Raid, 6 zusätzliche Bon-Boms und 3 zusätzliche XL-Bon-Boms für das Fangen der Pokémon aus Raid-Kämpfen, der Stufe 5, Add-on für Züchter, auch plus 10,06 Euro, mit diesem Add-on schlüpfen Eier viermal so schnell, nicht mit ähnlichen Boni kombinierbar und ihr haltet doppelt so viele EP, doppelt so viele Bon-Boms, doppelt so viel Staub für das Ausbrühen von Eiern. Ich glaube, das würde ich einfach weglassen. Ich habe eh genug zu tun, dann, wenn ich da vor Ort irgendwas und Forschungen und machen, ganz viel Essen, da gibt es bestimmt wieder total tolle Stände mit ganz viel lustigem Essen und so dran und ja, das brauche ich dann noch Add-on. Würdet ihr euch aber für ein Raid-Add-on erscheinen oder für ein Ausbrüht-Add-on? Es gibt so vieles zu entdecken, Berlin ist sowieso immer eine Reise wert, besonders aber vom 1. bis 3. Juli erkundet unsere lebhafte, vielseitige Hauptstadt, während ihr Pokémon Go spielt. Wir können es kaum erwarten und so weiter. Hier in der Übersicht seht ihr nochmal, also das sind theoretisch jetzt die neuen Shinies, die es dann gibt. Ihr seht also einmal Tarnpignons, das heißt halt statt Rot an Lila und Huzasa auch die Entwicklung mit Lila dran. Grillmark mit der Kackwurst auf dem Kopf. Bei der Weiterentwicklung sehe ich gar keinen Unterschied, das Normale ist dann also ein bisschen heller. Okay, okay, okay. Bei der anderen Grafik seht ihr also hier nochmal sozusagen die Habitate, also in diesem Elektrohabitat, das windige Habitat, das Lebenshabitat, das Moldrenrocks, ja, das Felsenhabitat, sagen wir mal. Beim Go-Fest war es ja immer so, da wo ihr euch bewegt habt, sind andere Pokémon erschienen und der Bereich im Go-Fest wurde extra so gestaltet. Wenn das Höllenhabitat war, da waren da Vulkane aufgebaut und beim, sagen wir mal, Wasserhabitat war da extra künstlich so eine Küste, Sandsäcke, Palmen, Strand, das war sehr cool gemacht. Dann gab es die Stahlfabrik, da war überall Schrott und Müll, da gab es vermehrt immer Magnetilos, also vor Ort war das immer richtig schön angerichtet, dass ihr da wirklich was zu sehen habt. Da werden auch viele wieder mit Schildern sicherlich rumlaufen, dass sie das und das suchen und das und das haben, also das würde sicherlich auch funktionieren. Ich muss mich aber beeilen und ich muss mir unbedingt ein Ticket kaufen und wie gesagt, ich würde mir ein Ticket für ein Samstag kaufen mit Early Access und weiß nicht, ob da eigentlich der Hannes und der Ismo vielleicht auch mit wollen, aber das wird wieder kompliziert, denn man muss ja jetzt die Tickets kaufen und dann haben die anderen keine und dann war das nichts. So, ich setze jetzt voraus, dass Pupsi mit mir dahin geht. Wenn nicht, soll sie mir halt einfach wieder schnell eins kaufen, weil sie hat eine Kreditkarte, ich nicht, falls man das mit Kreditkarte bezahlen muss. Glaube ich aber eigentlich nicht. Das sehe ich aber, wenn ich auf Tickets gehe und wenn nicht, dann haben wir den Vorteil, weil die, die keine haben, die können dann keine machen. Da gibt es aber den Trick mit einer virtuellen Kreditkarte. Habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, wenn man das hier eingibt bei YouTube. Nur ich weiß es jetzt nicht, ich mache es nur ganz mal schnell, wenn ihr nämlich zum Beispiel hier virtuelle Kreditkarte Ramses eingebt, man müsste es nur richtig schreiben, da gibt es ein Video, Ticketkauf fürs Go-Fest, so geht es, virtuelle Kreditkarte. Das hat schon vielen geholfen, sich ein Ticket zu kaufen, wenn das jetzt wieder so ist. Wenn ihr keine habt, wir euch einfach virtuell eine anlegen können, um das trotzdem bezahlen zu können mit dieser virtuellen, um trotzdem euch ein Ticket erwerben zu können. Nur mal so als Hinweis, könnt ihr ja mal suchen und hier gibt es nochmal also ein fettes, großes Bild, wo das nochmal dasteht. Early Access, 32 Euro, allgemeines Ticket, 24,99. Geht raus, geht raus, Event, Inhalte, Spezialforschung, Shaman hier, Pokémon Go, Debüt, Schillernde Grill, Markt, Hanbignong, also die anderen zwei Max werden wohl nicht als Shiny eingeführt. Exklusive Sonderedition des Pokémon Go Fest Shirts. Ist das jetzt für mein Avatar? Oder gibt es das vor Ort? Jeder da reinkommt, kriegt erstmal ein T-Shirt. Das fände ich nämlich richtig cool. Wahrscheinlich, aber du kannst bestimmt vor Ort wieder Sachen trotzdem kaufen. Autogrammstunden, wer wird da wohl alles sein? Da Spiele trennen. Ja, jetzt wo er in der Liste ist, kann man auch mal hallo sagen, wenn er da rumrennt. Habitale auch nochmal aufgelüstet. Die Stunden alle dabei. Ich glaube, ich werde euch auch die, diese Seite hier, diese Event-Seite, unter das Video mit verlinken, dass ihr das seht, dass ihr da drauf zugreifen könnt. Und wenn es nochmal irgendwelche Infos oder Sachen gibt, hier steht ja auch alles mit Anfahrt, Covid-19, richtig krass, der ist auch am Start. Also da freue ich mich schon, den auch endlich mal kennenzulernen. Das werde ich jetzt alles hier unten drunter verlinken. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Berlin findet statt. Berlin, ich will dabei sein unbedingt. Ich muss jetzt gucken, Ticket, Samstag, Early Access, gibt es jemanden da draußen, der sagen würde, er kommt aus Berlin oder näher Berlin und könnte ein gestrandetes Wahlhaus bei sich aufnehmen plus Pupsi Anhang vielleicht und dann, wenn nicht, nehme ich ein Zelt mit und liege einfach schon im Garten, wenn frühs die Tore aufgehen. Das war es von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal. Peace out, vorhaut, euer Ramses.